willkommen liebe farming freunde zu einem weiteren highlight oder ankündigung was es im ls25 geben wird ihr wisst ich bin ich gut in sowas aber ich versuche es einfach trotzdem noch mal ja was kriegen wir wir kriegen apps die sind jetzt offiziell angekündigt und was haben wir hier für informationen wir sehen knapp 10.000 hektar pro liter pro hektar kaufspreis von 3100 auf schwierigkeitsgrad einfach schreiben sie dabei das ist natürlich interessant denn die ganze wirtschaft vom ls 22 basiert darauf dass man auch schwer spielt und nicht auf einfach denn sobald man auch einfach spielt passen die preise ekvk einfach nicht mehr zusammen wir werden sehen was sich da noch ändert 250 liter samen pro hektar vier monate wachstumsdauer märz april ansehen juli september ernten was auch wiederum interessant ist weil märz april sind zwei monate und juli august september sind drei monate das mal wesentlich länger zum ernten als zum aussehen aber wir haben auch noch ein paar detailliertere bilder zu diesem zu diesem wachstumsstufen die wir hier sehen da haben wir ja wir gehen sie einfach mal durch wir lassen sie mal auf uns wirken und ich finde das sieht schon mal wieder richtig gut aus naja irgendwann haben wir dann abgeerntet und dann dort ist so viel mehr informationen haben wir nicht aber wir haben auch noch ein paar bilder zum beispiel von der ernte das ist auch mal wieder sehr interessant weil so die maschine gibt es ja bisher noch nicht aber warum gab ja auch bisher keine erbsen aber es sieht schon macht schon was her wenn man sich das optisch so anguckt auch wenn man so jetzt auf die rechte seite guckt diese schöne spiegelungen auf den noch nicht geernteten erbsen ja überladen muss man auch da steht der altbekannte fendt weiß es nicht wieder neuer ist und ich weiß es noch nicht der dreiachser brandner und da braucht man nicht so viel zum überladen da geht bestimmt noch eine ganze menge rein und dann haben wir noch ein bisschen Feldübersicht gesehen hier mal wieder sehr schön zu sehen die neuen lichteffekte die aus meiner sicht ziemlich gut rüber kommen auch hier sieht man leicht den nebel vor den vor den bäumen es macht schon richtig bock auf ja ich möchte es mal versuchen leider ist das eben so nicht aber erst muss natürlich auch gesät werden hier sehen wir dann den john deere mit in passender farbe einem great planes satgerät sehmaschine ja das war es auch schon wieder mehr gibt es heute nicht aber ich habe es ja schon mal gesagt alleine bei mir macht das mit jedem stück das ich sehe lust auf mehr in diesem sinne danke fürs reinschalten schreibt man gerne wieder ein bis dann und tschüss